Das Duell Zwei Herzen schlugen für die gleiche Meid, Groll gemischt und voller Neid. Das Bündnis der beiden Männer, das lange Werte, brach in zwei, als jeder für sich die gleiche Frau verehrte. Sie hatte einen Keil zwischen die beiden getrieben und nicht einmal die Erinnerung an die langjährige Freundschaft der beiden war ihnen geblieben. Dabei besiegelten sie ihre Freundschaft noch an so manchem Tage beim wilden Trinkgelager mit dem Spruch Was auch immer kommen mag, gemeinsam sind wir stark. Doch jenes Versprechen aus alten Tagen ging zu Bruch und wurde genauso schnell vergessen, wie es gemacht worden war. Oft führte jene Meid bei den Freunden zu Streit und doch war das Problem nicht vergangen, denn die Ketten der Liebe hielten sie gefangen. So sahen sie keinen anderen Ausweg mehr und sehnten sich als Lösung ein Duell her. Um Mitternacht trafen sie sich allein im Mondschein und jeder wollte der Gewinner sein. Zweimal wurde geschossen. Nach zwei Schüssen war der Sieger entschlossen und beide Knaben lagen sterbend auf dem kühlen Waldgrund. Doch besannen sie sich in dieser bittersten Stunde an den Spruch, der sie einst fest zusammenhielt. Egal was kommen mag, unsere Freundschaft macht uns stark.